Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Green Hell, wo wir mal gucken wie spät es ist. Es ist noch früh genug, um auf eingeborenen Jagd zu gehen. Da vorne wohnt nämlich einer und der macht nämlich hier die ganze Zeit so ein bisschen Lärm in der Nachbarschaft. Das sind zwei. Wie so oft. Und ich will die einfach nicht in meiner Nachbarschaft haben. Eieieiei, sieht der mich? Der hat mich beinahe mit mich getroffen. Der lebt noch, Wahnsinn. Wow, der trifft mich wirklich. Der ist so tot. Und sein Kollege rafft es nicht. Shit. Na? Boah, fuck, der hat mich getroffen. Also er sieht mich offensichtlich. Hat ihm nichts geholfen. Okay, die können jetzt also anscheinend besser werfen. Boah, vor allem wie krass die werfen können, ey. Dass du gleich mal so eine richtig böse Blessur am Arm hast. Ich hätte gerne meine Messer wieder. Äh, meine Pfeile wieder, meine ich. Na ja. Steicht irgendwas rum. Ich nutze kurz mal die Gelegenheit. Es ist noch nicht da. Wow. Das sind jede Menge Federn. Da ist, ich will aber meine Pfeile eher haben. Was schleicht da rum? Hä? Ach, ein Wildschwein. Oh, Mann. Da macht man sich so einen Kopf, wisst ihr. Apropos Kopf, ne. Guck mal, wo die Pfeile bei dem stecken. Also Headshots sind in diesem Spiel definitiv nichts, was man als tödlich bezeichnen könnte. Aber, wir haben jetzt hier wieder die Möglichkeit, meine Menschensuppe zu testen. Ich weiß, ist ziemlich krank, aber man will ja alles mal ausprobiert haben, was dieses Spiel hier quasi zu bieten hat. Und das machen wir jetzt. Wir versuchen eine Menschensuppe zu kochen. Also aus Menschenfleisch. Aus jedem anderen Fleisch konnte ich ja bis jetzt Suppe machen. Die einzige Frage, die im Raum steht, ist, äh, funktioniert's? Und bietet es auch minus, äh, auf geistige Gesundheit? Weil man ja weiß, dass man einen Menschen gekocht hat. Apropos ekelhafte Sachen. Bäh. Weg mit. Ich brauch hier nochmal so einen Teil. Meins. Meine Suppenküche. Und dann kommt jetzt erstmal Wasser da rein. Und das Menschenfleisch. Geht das? Es geht. Wahnsinn. Okay. Dinge, die man nicht so erwartet. Und wahrscheinlich gibt's jetzt hier ein fettes Minus auf die geistige Gesundheit, nachdem man das gekocht hat. Fleischsuppe. Ist einfach nur Fleischsuppe. Wat? Alter Falter, ey. Das ist ja, also das ist pervers. Weil es alles bringt und keine echten Einschränkungen mit sich bringt. Es bringt keine negativen Aspekte. Unfassbar. Das ist diskussionswürdig, liebe Entwickler. Hab ich da hinten noch irgendetwas gepasst oder so? Ne, hab ich nicht. Okay. So, wir haben das Holzbett. Wie gesagt, das können wir jetzt ja auch machen. Wahrscheinlich bringt das ein bisschen mehr und verhindert wahrscheinlich tendenziell eher, dass hier irgendwelche Viecher an uns rankommen, ne? Würde ich zumindest erwarten. Boah, wir könnten was essen. Fluoreszierenden Pilze und so. Und nochmal eins davon. Hauptsächlich Protein, was so ein bisschen unser Problem gerade eben darstellt. Ja, wir brauchen eigentlich nur Protein. Aber wir können es gerade eben eh nicht brutzeln. Also können wir im Grunde eigentlich auch genauso weitergehen. Lass uns schlafen. Einfach nur in der Nacht kurz mal sind wir aufgestanden und haben jetzt vor, nach drei weiteren Stunden die Reise vorzusetzen. Im schlechtesten Wetter, das man sich vorstellen kann. Und ich hab gerade eben gesehen, ich kann tatsächlich blocken. Wusste ich noch gar nicht. Oder habe ich vergessen? Wahrscheinlich habe ich es vergessen, dass es geht. So, wir werden jetzt hier weiterhin links entlang diesen Weg verfolgen. Mal schauen, wo es uns hinführt. Also so langsam aber sicher komme ich mir schon so ziemlich trittfest jetzt in diesem Spiel vor. Nach so fünf Stunden spielen. Ja, ein bisschen mehr ist es wahrscheinlich schon. So, unsere nächste Fleischration ist gesichert. Zweimal Klapperschlangenfleisch roh. Davon nehmen wir nochmal ein Pecari, wenn wir es kriegen. Ja, kriegen wir. Ich möchte erstmal meinen Speer haben. Dankeschön, Pecari. Also das Menschenfleisch ist schon wirklich eine kranke Nummer. Dass man das einfach in die Suppe backen kann und dann vergessen wir, dass es aus Mensch war. Ist nicht unbedingt nachvollziehbar. Aber ist so. Wir sind hier auf jeden Fall schon mal rumgelaufen. Aber wir sind dann glaube ich da lang und nie da hoch. Und ich möchte jetzt hier definitiv da hoch. Weil ich einfach die äußersten Grenzen der Map kennenlernen möchte. Ja, wir brauchen jetzt das Fleisch von der jetzt nicht unbedingt. Wir haben genug Fleisch. Jetzt haben wir stattdessen lieber noch andere Dinge so unterwegs. Wir müssen wieder ganz da drüben hin an den Rand, da wo die Felsen sind und dann gehen wir weiter. Und irgendwann mal müssen wir ja aus meiner Sicht, sofern das Spiel ja quasi keine endlose Maschinerie ist, keine endlose Map hatten, müssen wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, den wir kennen. Wo wir schon mal gewesen sind. Irgendwas. Die Frage ist nur, wann das passiert. Nicht ob, sondern wann. Oh fuck, das ist eine riesige Vogelspinne. Weg mit. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück mit dem Schwierigkeitsgrad, dass sie mich nicht angreifen. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aus Prinzip. Man levelt ja auch den Speer damit. Rechts war ein Pecari. Da vorne kommt wieder irgendwie eine Lichtung. So. Ach Gott. Sag mal, es ist so schwer, das Teil zu treffen. Das hier ist so ein Palmherzvieh. Das will ich haben. Da. Das bringt lecker Schmecker. Ach komm, ich brauche nicht so viele Knochen, ey. Was soll denn der Scheiß? Protein und Kohlenhydrate und beides brauchen wir gerade nicht so unbedingt. Wir haben jetzt hier wieder einen Troublemaker irgendwo. Wo ist er? Da. Und schon fertig. So, wir gehen weiter in diese Richtung. Also die Vogelspinne haben definitiv zugenommen. Aber auch die Schlangen. Gibt eine Klapperschlange da vorne. So. Wo kommen wir jetzt hin? Da geht es jetzt irgendwie steil runter. Blaue Pilze. Irgendwas schleicht da rum. Es sind wahrscheinlich Wasserschweine. Nein. Ein Jaguar. Schleicht da rum. Gefährliche Gegend. Wenn ich jetzt hier speichern könnte, was ich leider nicht kann. Aber wenn ich es könnte, würde ich mal gucken, was passiert, wenn mich ein Jaguar angreift. Ob das Instant Death ist oder... Ob man da auch eher im Grunde so ein Duell sich mit dem ausführen kann. Ich fände es ja schon gut, wenn solche Viecher halt wirklich richtige Boogie-Männer wären. Krokodile fehlen ja auch noch. Und eigentlich auch so riesige Würgeschlangen. Fehlen eigentlich noch einige Tiere. Wo sind wir jetzt? Ja, hallo. Bei einem riesigen Wasserfall. Es ähnelt einer Gegend, wo wir schon mal waren. Aber ich bezweifle, dass es die ist. Oh! Ah! Oh, Scheißvieh. Momente des Schocks mit Mörb. Da vorne ist wieder eine Biene. Wasserschwein. Da drüben können wir rüber. Vorher leider nicht. Ja, ja, quietschen nur. Ich kriege nichts. Da drüben ist... Oh, da waren viele Wasserschweine. Das hätte geheißen, man kann es aus der Entfernung endotzen. Mal gucken, was passiert. Na toll, jetzt schießt es genau in die Mitte. Es prallt einfach ab. Was für eine Verarsche. Wahrscheinlich muss ich einfach mit Steinen draufschmeißen. Ich weiß gerade eben nur nicht mehr, wie das geht. Alter Falter. Also, die Viecher wollen mich gerade im Echt trollen. Die sind aber auch echt strategisch angebracht. Wir gehen weiter. Also, wir sind einfach nur noch unterwegs, ne? Wir sind wirklich... Also, es gibt Globetrotter und wir sind sowas wie ein Jungle-Trotter. So ein bisschen. Und wir haben wieder einen Weg gefunden. Den ich jetzt hier links einschlagen werde. Wir konnten ja nie früher nach links, ne? Darf man ja nicht vergessen. Wir gehen immer an der Wand lang. Wir haben auch bis jetzt noch keine einzige Stelle gefunden, die unlogisch war, dass man da nicht laufen konnte. Also, die Map ist gut designed. Was ist das hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir waren da schon mal. Mir kommt das hier sehr bekannt vor. Ich dachte hier wäre ein Eingeborenen-Lager, aber nein. Okay. Dann gibt es hier wieder so ein Bienen-Dingens. Wie kann ich Steine werfen? T? Nein. Z? Nein. Ah, so. Mit Z. Uh. Ähm. Toll. Ich habe keine Steine mehr. Das schränkt die Möglichkeit, Steine zu werfen. Natürlich massiv ein. Und die Frage ist, möchte ich wirklich einen Stein gegen einen solchen Bienenschrägstrich Westenbau werfen? Wenn ich nicht gespeichert habe. Ohne zu wissen, was dann passiert. Tendenziell, nein. Das müssen wir also nochmal ausprobieren. Folgen hier dem Pfad weiter. Wir haben irgendwo eine ganze Menge Pekari-Fleisch gebrutzelt, ne? Das jetzt irgendwie einfach nur irgendwo rumliegt. Wahrscheinlich schon gegammelt hat. Cool. Wirkt vertrauenswürdig. Was... zum Geier... ist das für eine Höhle. Also ich war definitiv noch nie hier drin. Vor allem, weil es hier eine Warnung ist von diesen Eingeborenen. Was hat das zu bedeuten? Ich springe da jetzt nicht runter, weil ich nicht weiß, ob ich dann da wieder hochkomme. Mehr Obsidian. Das scheint einfach nur ein Rundkurs zu sein und dann geht's da doch irgendwie wieder runter. Aha. Das ist also jetzt dieser Baumstamm, über den ich hier drüber kann. Ich bin da unten hoch. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Weg. Was ist denn das hier? Toll, jetzt sind wir überladen. Wir essen. Das reduziert das Gewicht ein bisschen. Macht uns wieder satter. Und mehr Carbohydrates brauchen wir gerade eben nicht. Also auf jeden Fall ist das hier eine Warnung von den Eingeborenen gewesen. Jetzt frage ich mich, wo es mich hingeführt hätte, wenn ich da runtergesprungen wäre. Wo bin ich hier? Wir gehen nochmal rein. Tut uns ja nicht weh. Hoffentlich nicht mal das Runterspringen hier. Wir sind rechts gegangen. Jetzt gehen wir mal links. Das ist nur ein Stein. Jetzt sind wir wieder überladen, ey. Shit. Das wollte ich natürlich nicht bewirken. Ach komm, tu mir die scheiß Knochen raus. Ach, das wäre das hier gewesen. Also es gibt hier tatsächlich nur einen Weg raus. Ich hoffe, die Hand ist echt schwer. Ich hau mal diese Frucht raus. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Wir sind immer noch überladen. Warum? Weil die Steine so schwer sind, ne? Jetzt laufen wir wieder schnell. Also man darf nicht diese 47 Kilo überschreiten. Ich bin vorher wirklich noch nie in dieser Höhle gewesen. Und jetzt gehen wir da durch. Scheint ein Eingeborenenpfad zu sein. Und sie wollen darauf hinweisen, dass es ihre ist. Zum Glück war keiner da, ihn zu bewachen. Wir machen weiter. Einfach links in der Wand lang. Ganz stumpf. Hier rechne ich jetzt hier unten eine Klapperschlange irgendwo. Das ist jetzt nicht diese hier unten nur Pekaris. Äste fallen runter. Und Bäumen sonst ist hier nicht viel. Ähm. Jetzt hab ich doch irgendwie das Gefühl, dass wir ja schon mal waren. Nur wo genau sind wir dann? Ich weiß es nicht. Also es ist nicht leicht, hier irgendwas zu finden, wenn man die ganze Zeit... Okay, jetzt geht's noch weit nach links. Mehr Wasserschweine. Erzählt mir bitte nicht, dass ich durch... diese Höhle eventuell jetzt hier im Kreis laufe. Das wäre schön doof. Was ist hier alles so bekannt vor? Ja. Ich weiß nicht, wie es das gemacht hat, aber es hat uns hier außenrum geführt. Wir haben hier eine Schlaufe entdeckt, Leute. Einfach mal eine Schlaufe entdeckt. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Bäh, eine Million von den Viechern. Also wir haben hier wirklich eine Möglichkeit entdeckt, im Kreis zu laufen. Boah, die waren gefährlich nah. Dann nehm ich dann doch mal hier den Weg durch. Ey, ganz ehrlich, ich schrecke immer so, wenn ich sowas hier, diese komischen Teile sehe. Das ist hier Holz. Das ist hier alten, knorrigen Holzstämme und Äste. Man hat das Gefühl einfach, dass das unter Umständen ein Krokodil sein könnte. Aber ich habe das Gefühl, die sind noch nicht im Spiel drin. Die ist nur so eine These. So, wir gehen auf jeden Fall wieder hier rüber. Wie beim letzten Mal. Und wir werden dieses Mal die Höhle ignorieren. Denn die hat uns ja tatsächlich einfach nur zurückgeführt. Und das wollten wir jetzt denn doch nicht, ne? Ja, wir sind schon ein gutes Stück gelaufen gewesen. Also ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Ich glaube, wir sind von hier aus sogar losgelaufen. Ich meine, wir kommen hier eigentlich zurück zum Fluss. Wo wir unser Haupthaus haben. Deswegen renne ich jetzt gerade eben auch mal so ein bisschen. Aber ich kann es erst bestätigen. Wenn wir es gefunden haben. Ja, ja, alles noch gut. Also wie gesagt, die Höhle ignorieren wir jetzt. Wir werden geradeaus an ihr vorbeigehen. Wie es da bald kommen müsste. Nie zu viel rennen. Man könnte in eine Klapperschlange reinrennen. Spinnen haben sich bis jetzt ja nicht unbedingt als wirklich sehr gefährlich herausgestellt. Und Skorpione auch nicht. Hier ist jetzt wieder diese Höhle. Dieser Rundwanderweg. Nennen wir es mal Rundwanderweg. Und der führt jetzt hier runter. Seht ihr das? Das ist so ein Pfad. Mit dem wir jetzt hier folgen können. Der führt jetzt hier auf so eine Ebene. Wo wahrscheinlich die Eingeborenen auch gern mal einfach mal so ein Lager aufschlagen. Gucken wir nicht jetzt. Das sieht so Sackgassen mäßig aus. Kommt mir aber auch irgendwie bekannt vor da vorne auch mal diesen Wasserfall. Wo sind wir? Da ist nochmal eine Höhle. Aber diese Höhle kenne ich definitiv noch nicht. Vorsichtig. Sich hinein. Oh Gott, ein Skorpion. Ich weiß nicht, warum er mich nicht angreift. Aber ich bin zufrieden, dass es nicht tut. Hier gäbe es auf jeden Fall nochmal ein bisschen Obsidian. Aber ich nehme jetzt nicht noch mehr mit, weil wir ohnehin schon quasi an der Belastungsgrenze sind. Ich habe das Gefühl, wir sind genau da, wo ich denke, dass wir sind. Wow. Nicht zu nah rangehen. Warte mal, kann ich da jetzt drauf werfen? So. So. Ich dachte, ich hätte Steine. Habe ich keine Steine mehr? Ich habe doch Steine. Ich weiß nicht, wie man sie wirft. Ich habe es vergessen. Der Button, der beim letzten Mal funktioniert hat, der funktioniert diesmal nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwas anderes weggebrochen. Wir müssen uns bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Pekaris und Wasserschweine. Also wir sind definitiv nicht da, wo ich denke, dass wir wären. Oder sein sollten. Also hier müssen wir auf jeden Fall weiter. Nehmen wir nochmal ein paar Früchte mit. Wenn man bedenkt, wie viele Lager wir schon gebaut haben, merkst du erst, wie nichtig diese Versuche sind. Es gibt einfach zu viel. Unfassbar viel. Esst das jetzt lieber mal, bevor es schlecht wird. Gut. Ähm. Das war nicht so schlau. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich muss da irgendwie runter oder rüber. Am besten beides. Hey, hey, hey. We are lost in the jungle. Hier geht es auf jeden Fall runter, Watz. Und das da drüben scheint so eine Art Überweg zu sein. Na gut, meine lieben Freunde. Würde ich mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Oh, was ist denn das Schönes? Kokosnuss. Die nehmen wir gleich mal mit. Äh, scheiße. Äh. Meins. Ach Gott, jetzt sind wir wieder beladen. Fuck it. Sammeln. Ich sage an dieser Stelle, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Zeit. Tschüssi und Ade. Denn wir müssen ja weiterkommen. Also, in dem Sinne. Ciao, ciao.